Sehr, sehr geil. Wo sind die Fans? 619, 619, 619, kohe, alle! Alle. Allee! 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 Alle! 6 und 19! 6 und 19 zu dir! Allee! 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 Also allgemein finde ich ja, dass ich Hannover gerade gegen Mannschaften so, die einen guten Namen haben. Jetzt einen großen Namen haben, wie Schalke oder wie Hertha. Dass die sich echt schwer tun, auch ein Real. auch so ne tatsächlich ich weiß nicht irgendwie ist der respekt zu viel zu groß irgendwie wir können einfach nicht unser spiel einfach hochziehen durchziehen alter wir gehen berlin zum beispiel sondern berlin hamburg ja ok hamburg haben jetzt 43 gestragen auswärts aber trotzdem also schalke so schalke ist mir so angst gehen auf uns mal gucken wie es jetzt im spiel wird naja klar ich habe natürlich was vergessen kurz mal auf pause hier warte mal pass auf wieder was vergessen wir müssten auf jeden fall mal so den polter mal um spiel nehmen aus dem spiel und vielleicht auch simon teroden machen wir was mit dem hier kunze ich spiele mit einem stürmer aus gegner heute gut wenn das so durchziehen so 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 meine verdammt alter er macht das natürlich super herode er macht das natürlich eiskalt eiskalt mann 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 fängt doch schon mal ganz gut an hier ist ein angst gegner schalke das tut so weh er zweitlich schon als das treffer die treffer zu kassieren sie wird richtig haupt genommen daher ihr seht ihr richtig haupt genommen mann 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 Wir haben sie wieder. Moroja? Ja, aber ja. Kunze, danke. Was ist das für ein Pass gewesen, Junge? Lauf, Junge, lauf. Ah, kriegst du nicht mehr. Ah, kriegst du nicht mehr. Dannô ja! Kickt er den? Oh, schöner Pass, Alter. Schöner Pass. Ja, den habe ich drinne gesehen. Den habe ich schon drinne gesehen. Aber gut kombiniert. Gut nach vorne kombiniert. Ah, meine Fesse. Ist ja aus, 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 sehr gut. So. Das, äh, das Hinspiel haben sie gewonnen. Mit 0,1. Ja, gut. Abseits, ne? In der 89. glaube ich, haben sie das Zoll geschossen. Mit Lasme. Oder Terode. Ne, Terode war es. Terode. Genau, Terode hat geschossen in der 89. In dem Hinspiel. Ja, da waren sie aber auch gute Stückchen, besser auf jeden Fall, ne? Als ich, ne? Tatsächlich zu Hause. Haben sie besser gespielt auf jeden Fall, ne? Das war, ich kann mich gut erinnern. Ja, gut. Reumann. Ah, dieser Terode, ne? Alter, 35 Jahre alt, aber trotzdem, ne, er macht seine Buden, ne? Er ist klar, ne? Wenn man ihn braucht, ne? Hm. Diese Ratlosigkeit der Spieler, so, ne? Spiel doch nach hinten. Neumann, Leopold, Moroy, halt, so, ne? Obwohl, der, ja, der, ja, ja, hm. Ja, gut, zurückgeholt, aber wichtig. Ja, gut, zurückgeholt. Ah, der ist so gut, alter, dieser, ne? Dieser, der, der gerade den Ball hat, der 17-Jährige. Den fände ich extrem geil. Auch wenn er jetzt den Ball daneben gehauen hat, aber trotzdem. Hm. Hm. Ja, hm. 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 Ja! 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 Ja, wow, gut. Guck mal, Moroja, jetzt da mal nach vorne, aber macht er nicht. Ah, ja! Oh Mann, Alter! Was war das? Schöne Eckball? Ja! Wollte ich schon abseits. Einfach mal den Fuß da zwischen, Junge! Zwei dicke Chancen schon gehabt, ne? Oh Mann, ey! Ah, was? Ah, was war das Ding gerade, ey? Mal ehrlich! Was macht die Ding-Statistik hier? Ähm, 62% Ballbesitz für uns. Hätte ich nicht gedacht, Alter, auf jeden Fall. Ich hätte gesagt, Schalke hat ein bisschen mehr Ballbesitz. Aber muss ja nichts heißen, ne? Muss ja nichts heißen, ne? Solange du die Dinger nicht da vorne reinmachst. So ist Schalke, ne? Kommen sie einmal nach vorne und machen sie das Ding rein. Vielleicht die erste Chance, wenn er eiskalt ausnutzt, ne? Warum macht der nicht? Läuft der nicht mit? Die pressen auch hoch, ne? Glaube ich so, ne? Schalke. Jetzt Max. Spiel doch einfach im Max, Junge, ja. Ja, wir haben den zweiten Ball. Äh. hmm. Hä? Hein? Vielen Dank. Ja, gut gesehen. Ja? Hä? Abseits oder was? Aber da war die mal die Dicke, ne? Stand ja zu weit nach vorne. Aber da war die Dicke. Eieieieieieiei. Was macht der jetzt? Das ist schon so. Okay, gut. Eieieiei. Ich dachte schon, wir haben den Handspieler geworfen, Alter. Kriegt er die noch? Komm, Bruder, komm. Kriegt die noch? Jawoll, Junge, wer war das? Nielsen? Aber gut nachgesetzt, Alter. Nielsen, besser Mann. Ja, ihr seht. Alter, der macht mir ja nicht so einen vernünftigen Eindruck, der Junge, ne? Alter, Junge, Junge, Kunze. Dicke, was? Dicke, was? Einen? Wie? Ja, Nilsen. Eisenberg. Oder so. Ja, Nilsen. Gut, Junge, gut. Sauber. Ja, Nilsen spielt auf jeden Fall ein gutes Spiel, ja. Die ersten 20 Minuten ganz gut dabei. Diese Pässe, ach man, Augenkrebs. Schau mal hier, der 17-Jährige ist jetzt alleine. Komm, Junge, komm, 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 komm. Genau, fast so eine ähnliche Möglichkeit hat er getroffen, ne, gegen 26 am Sonntag. Genau so. Ja, Nilsen. Ja. 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 Ja, gut aufgepasst. Die erste vernünftige Aktion von ihm heute. Jetzt Nilsen, aber zu spät, Moroja ist da. Und der Ball ist wieder weg. Ja. Ja, aber, hm. Gut. Ja, gut. Wohin? Ich bin zu einem Schalker. Ach so. Ach, diese Pässe im engsten Raum. Ich liebe das, Alter, ne? Ah, jetzt gehen sie wieder, ne? Ah, gut aufgepasst. Hals, der Junge. Och, wenn er durchgekommen wäre, ne? Alter Schwede. Jawoll, Moroja. Auch ein gutes Spiel bis jetzt. Sehr zufrieden. Ey, mal dieses mit dem Ball nach außen laufen, Alter. Das wird bei der Junge. Ich liebe das mit dem Ball nach außen laufen. Ich liebe das mit dem Ball nach außen laufen. in der Junge. Es ist dann gut aufge debated. Also, ich konnte das mit dem Ball nach außen laufen. Und dann geht's, ich bin ab. Und dann geht's, wie man. aqui. Und dann geht's, wie man da. Ja, die kommen auch nicht durch, ne? Also, wir machen die Räume eng halt, ne? Wir stellen die Räume zu, hier. Boah, ersee, schon wieder Hopfgsmann, alter, ne? Was hat er für eine Note, ersee? 6,8. Boah, schöne Körpertäuschung, Junge. Ey, Schiri, das habe ich auch gesehen von hier oben. Ja, gut, sehr, sehr gut, ja, ja. So, der hat sich jetzt nicht verletzt, irgendwie sowas, ne, ne? Geht weiter, gut. Gut, Neumann, sehr schön. Nein, okay, da mal, gut. Ja. Ach. Ah, Mann. Gut. Terode lauert schon, ne? Auf solche, auf solche Milchkanten. Ah, schade. Nein, 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 nein jawoll hohe flanken flacher flanken waren gut tempo kann hoch bleiben auf jeden fall information ein bisschen mehr pressing die stehen ja ganz schön hoch schon wieder so scheißregel gepasst ne heizte wohin ab zum ball junge nilz nilz schade schade obwohl er ist noch am ball geblieben finde ich gut jetzt wissen sie auch nicht mal wieder was sie machen jetzt sollen mit der pille hinten spielen hinten spielen ja moroja ist frei jetzt da oben aber er spielt lieber nach hinten nilz ist es ja schade aus der zweiten reihe jungen super gemacht aber trotzdem also was los bei dir neumann und was machst du wieder vorne junge Bleibt dran, super. Ich gucke schon mal für die zweite Halbzeit, was wir da machen können. Schaub eventuell für da mal rein, da mal etwas nach hinten. Wer spielt denn eigentlich da links? Max, ne? Ne, Leopold auf der 6. Rizikov, ja. Was hat er für eine Note? Guck, wenn ich so eine Scheiße baue jetzt, ne? Gelb oder was? Ah, wie wichtig, alter, wichtig. Abschluss, ne? Statistik, äh, sagt was aus? Eine 60% Malmitte, Hannover. Zwei Schüsse, ein aufs Tor. Hm. Boah, Nils ist wieder der Zwischengang, aber schade. Guck mal hier, diese Matriani. Steht wieder alleine, ne? Paul. Jetzt, 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 jetzt nach vorne. Guck mal, Tresoldi. Ja, zu spät. Nilsen. Spät doch zu Nilsen ab, Junge. Wir sind keine Kontermannschaft. Ich bleib bei dran. Ich bleib dran. Wir sind einfach keine Dings. Kontermannschaft. Zweimal, ey, wie, zwei Mann dort. Er kommt trotzdem zum Flanken, ne? Zwei Mann dort. Ui, 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 gut. Ui, 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 gut. Also, jetzt, 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 jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Und er wird wieder Hauptgenommen Ja, aber trotzdem gut, Alter, gut Hätte nicht gedacht, dass der Ball nochmal so durchgeht Schade, schade Nielsen Und jetzt Ah, zu früh gespielt, Junge Und jetzt ist alleine da vorne, aber gut gesehen Ah 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 also max nehme ich auf jeden fall gleich raus besuch ich kopf ohne schaub rein schaubi super diese ballannahme von tersoldi köstlich gut gespielt wieder also max nilsen ganz 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 stark wieder auf jeden fall der j j j j Alter Albu... Schade, schade. Boah, wichtig hat er ihr seht, wichtig. Ja, gut. Ihr seht, ihr seht, ist frei. Gut. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh Gott, ich krieg gleich einen Augenkrebs hier. 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 Ich krieg gleich einer Augenkrebs hier. Ich krieg gleich einen Augenkrebs hier. Ich kriege bei der Augenrebs hier. Das war's drum. Na außen ziehen, häufiger flanken, macht er so oder so. Gut, ähm. Wie ist denn ein Dribbeln jetzt, der Typ? Das ist ja gar nicht mal so schlecht, eigentlich so. Gut, ähm. Gut, ähm. Gut. Ähm. Leopold macht eigentlich seine Rolle eigentlich ganz gut, eigentlich. Über die Außen spielen. Gut. Gut. Können auch häufiger flanken eigentlich jetzt, ne? Gut. Gut. Er soll die... So, du bleibst dann hier auf jeden Fall drinnen bei, halt über die Außen spielen. Auat. Ähm. Ähm. Was eigentlich mit der Dribbeln allerdings Fähigkeiten eigentlich, hat er was drauf? Dribblings? Und... Gut. Aber mehr geht nicht, ne? Komm Schaub, Alter, komm Schaub, Junge. Achso, ja, natürlich, warte mal, ich wollte noch was machen, kurz. Und zwar... Ähm... Nicht mehr. Oder Kunze, geh mal, da Kunze ist auch eine gute... Machen wir mal so, ne, Kunze lieber, ne? Ja ich bin... Machen wir mal so... komm ich brauche jetzt so eine schaub effekt alter schieß doch mal selber drauf irgendwie so ja 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 gut ja abseits das abseits aber schön gemacht alter auf die feier schön gemacht schön gemacht das spiel bisschen breiter machen auf jeden fall damit so enge so die räume die räume entstehen dadurch alles ist das letzte spiel sein heute dann machen wir an weiter mit manager am donnerstag glaube ich machen wir wieder weiter mit manager morgen werden wir wieder yugio spielen am ganzen tag 10 bis 16 dann mal gucken mittwoch ne so spontan entscheiden mal gucken was wir da machen yugio oder dings manager mal schauen muss ja noch den rasen nehmen bei uns deswegen wenn wir heute mal etwas früher feiern machen dann 15 uhr als nach dem spiel sondern 15 uhr düncher Oh Gott, Alter, Leute. Oh Gott, Leute. Ah, was habe ich denn eingestellt jetzt? Standards, Ecken. Achso, Ecken, ne, klar. Achso, Ecken, ne, klar. Achso, Ecken. Achso, Ecken, ne, klar. Achso, Ecken. Achso, Ecken, ne. Die Franke war schön, aber Nielsen, ah. Achso, Ecken. Achso, Ecken, ne, klar. 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 Ja! 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 So, Teuchert wäre, glaube ich, ein gleiches Wechsel... Äh... Teuchert... Gut. ich sehe jungen was ist da los alter schaub 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 jawohl ja wir sind gar kein dings kontermannschaft und die dauern die dauern natürlich auf ihre dings alter auch zu den sehr schön also Kunze muss gleich auf jeden fall raus oder was hat er für Note ab der 60 nehme ich auf jeden fall Kunze raus aber er ist mir irgendwie weiß nicht so aggro der Typ in den gelben Karten noch der soll die ist auch richtig Dings ne alter außer Form gerade und da mal so so Scott holt die gleich rein, ne? Werdings, Kunzel. Werdings, Kunzel. Von Gernot. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Ah, Jungen. 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 So, jetzt werden wir so machen, Schaub geht für Damal auf die Position. So, und dann werde ich Howard geht auf Dings Damals Produktion und Teuchert kommt auf jeden Fall für Damal rein. So. Servus, danke dir mein Bester für dein Raid. Vielen lieben Dank, Digga. Kuss geht raus. Da sind sie alle wieder. Ja, stimmt wirklich. Ja, da seid ihr. Grüßt euch. Grüßt euch zusammen, Leute. Helden sterben nicht. War das okay? War gut? War okay? War okay? War okay? War alles im grünen Bereich. Schalke führt auswärts. Muss ein Bug sein. Ja, ja. Ist ein Bug. Ja, leider. Obwohl ich das Spiel voll kontrolliere. Kommen Sie mit einer Chance einfach nach vorne machen. Mach uns das Ding rein, ne? Angst geht da. Ja, Angst geht da. Ja, war sehr gut. Bis auf Rage von mir. Warum was passiert? Hast du ranket oder was? Warst du ranket oder was? Warst du ein bisschen ranket drin? Ja, ne? Ja, morgen bin ich wieder mit dran mit den Siyugi auf jeden Fall. Heute mein Dings, weißt du, bist ein Fußballmanager. Ähm. Ähm. Hm. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig geschrieben, Alter. Gerne mal abchecken bei den Kollegen. Gibt es auch noch richtig geile Dings, Yu-Gi-Oh! Content. Wir kommen jedes Mal nach vorne, aber mehr geht nicht, Alter. Mehr geht einfach nicht. John! Mein Bester. Alles Gute, Digga. Fußball. Fußball ist Liebe. Morgen wieder Dings, Yu-Gi-Oh! Ab 10. Ja, morgen bin ich dran. Also wie rot, mein Lieber. Nein, nein, nein. Ja, aber ich werde auch jetzt nicht mal lange machen. Äh, um 15 Uhr wollte ich hier Feier-Sense machen, also nach dem Spiel. Ich muss doch bei uns hier noch Rasen mähen, weißt du? Wir haben die große Fläche. Das wird auch nochmal so ein, zwei Stunden dauern. Ja, Mann. Aber Dankeschön für deine Raid, auf jeden Fall, Ligi. Danke, danke, danke. Äh, irgendwas stimmt hier nicht, Alter. Feuchert? Ja, doch. Das stimmt. Alles gut. So, bin ich jetzt raus. Machen wir noch was zum Essen. Guten Ungarn, mein Bester. Guten Ungarn. Lass dir schmecken. Ja, ja, alles gut, Digga. Immer noch Ferien, oder was? Hast du immer noch Ferien? Oh, da hat Schude wieder angefangen. Ne, ist wieder Schude, okay. Du freust dich wieder, ne? Du freust dich ja richtig dann. So, einen können wir noch reinnehmen, aber wen wollen wir reinnehmen jetzt? Ah, ich spiele da. Leopold. Ja, der ist auch richtig kacke drauf. Leopold. Oder lieber Dings, äh... Progesammer für Dings... Okay, soll die... Progesammer, ne? Osi, äh, wenn du es dir aussuchen könntest, wen würdest du aus der zweiten Linie absteigen lassen? Also, wenn du jetzt sagst, Dings, ich bin ja ein Hannoveraner, ne, Digga. Ich sage jetzt, ne, wenn du jetzt von mir erwartet, äh, Braunschweig, irgendwie sowas, ne, würde ich mir jetzt nicht wünschen, ne? Allein wegen dem Derby und sowas, ne? Allein wegen diesem Feeling, halt, ne? Ganz klar, die Götting, die zweite Liga, also wir halt, ne? Also, ich würde mir sagen, so, so, ähm... Osnabrück. Osnabrück, leicht so, ne? Weil ich muss ja irgendjemanden wählen. Osnabrück, Wiesbaden. Und wer haben wir da noch, äh... Ähm... Ja, Kaiserslautern auch nicht. Aber die beiden auf jeden Fall safe, ne? Als dritte Mannschaft, wen ja auch, alter, ähm... Keine Ahnung, wen kann man da noch nehmen, alter? Ja, ne, Lautern, äh, Lautern gehört doch Dingsmann. Ist er, Lautern ist doch ein Gründungsmitglied oder nicht? Lautern ist doch ein Gründungsmitglied, oder? Nein, ist er, Gründungsmitglieder. Normalerweise, mit dem Stadion und so was, dann gönnen die sogar in die erste Liga rein, ne? Meiner Meinung nach. Also mindestens zweite Liga, so, ne? Ähm... Wie viele passen da bei euch rein? 50? 50? Knapp 45 oder so? 45.000? Mit so einer Kulisse, Digga, so in Weißag meiner. Ist das schon echt schade, ja, in der dritten Liga so rumfeiern, ne? Nein, nein, ich will ja nicht. Will ja nicht. Auf dem Betzenberg. Kommst du aus Lautern, oder was? Kokota? Kommst du aus Lautern? Oder so wie Albedo, ich wohne in München, aber bin dort ein Fan. Ja, Lautern ist eigentlich mit der... Das heißt, ich bin in Deutschland. Bin genau zwischen Mainz und... Ah, okay, achso. Jetzt kommt die nächste Eingriffswelle? Ne, leider nicht. Ne, aber gut, also gut zu wissen auf jeden Fall, dass du dringst auch was mit Fußball am dringst gut hast, ne? Guck mal, der 17-Jährige. Schalke hat ja am Wochenende jetzt am Sonntag gegen uns gespielt, ne? 1-1. Da hat hier der Typ, ne, der hier, der gerade auf dem Boden liegt, der ist ja, das ist der 17-Jährige, ne, der das Tor bei uns geschossen hat, so, ne? Gegen uns geschossen hat, ne? Er hat sich verletzt, aus dem Spiel ausgewechselt. Hier hat er auch einen Treffer gemacht. Und hat sich irgendwie drauf verletzt. Aber er glaub ich, er kann hier weitermachen. 50k rein, ne? Das ist doch gut, ey. Genau wie Dings, Alter, Düsseldorf, ne? Ich finde auch Düsseldorf auch eine geile Mannschaft, so, ne? Auch so schade eigentlich für die Zweitliga, ne? Äh, dann hast du so Mannschaften wie so wie Union Berlin. Ah, nix gegen die Vereine da oben jetzt, ne? Union Berlin oder Heidenheim, so, ne? Haben's natürlich alle verdient, aufzusteigen, ne? Also, ich meine, jetzt mit den Zuschauern, ne? Wie viele haben die da? 15.000 Zuschauer und sowas halt, ne? Ich meine, da gehören einfach nur Dings-Mannschaften rein, die halt 50.000 Zuschauer und irgendwas haben, wo die Stadien mal poppenvoll sind, man, weißt du? Hannover ist genauso, man. 49.000. Hamburg. Ja. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass 1860 München immer noch nicht schafft, irgendwie nach oben zu kommen, ne? 1860 München. Jetzt hast du wieder Preußen Münster, hab ich gesehen, jetzt, ne, in der dritten Liga oben mit dabei. Regensburg ist dabei, ähm. Ich glaube, Anken, der Dings, äh, Dresden ist angeschlagen bis jetzt. Auch nicht mehr so. Ferl hast du, glaube ich, nach vorne irgendwie solche Mannschaften, so, ne? Ja. Aber jetzt müssen wir aber alles Opfer nach vorne, Dinger. Anfeuern. Sehr offensiv spielen wir jetzt gerade. Noch, äh, knapp. Bisschen über 15 Minuten noch zu spielen, da müsste ich jetzt was kommen, Alter. Ja, das liebe ich halt, ne? Wenn die nach hinten spielen immer so. Ey, wie viele Tore hast du in deiner Kategorie so geschossen, Alter? Ah, Mann. Jetzt müssen wir was machen. Flach. Offensivere geht's jetzt nicht. Kann ich noch mal irgendjemand reinnehmen, Alter? Kann ich noch was reinwechseln? Ja, wir müssen jetzt was machen, ne? Nach 0,2. Alles nach vorne schmeißen jetzt. Entweder kassieren wir das dritte oder wir schießen ein Tor. Halzenberg spielt aber auch so, als ob wir 2-0 führen. Oh, Nils, Junge. Ich bin da so stark von ihm, Alter. Abseits, oder? Abseits, ja. Schade, ja, dass ihr keine Punkte geholt habt, gegen Dings, ne? Gegen Hamburg. So ein 2-2 wär's schon drin gewesen, Alter, ne? Kaiserslautern hatte auch gute Chancen gehabt, auf jeden Fall, ne? In Hamburg, schade. Aber, Pokalfinale, ne? In Berlin, ne? Muss man sich mal vorstellen, Nils, Kaiserslautern auf dem 17. Platz, aber trotzdem im Pokalfinale, Alter. Ja, die spielen das jetzt sauber runter, ne? Ja, die spielen das jetzt saubern. Ja, die spielen. Ja, die spielen. Zieler, Junge, beil dich. So. Robert Nielsen, wo ist ein Dings, Alter? Achso, den Tresol habe ich herausgenommen, ne? Achso, den Tresol habe ich herausgenommen, so. Lauf, 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 kriegst du nicht mehr, ne? Was ist das? Das Ding ist durch hier. Das Ding ist durch. 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 Das war's für heute. 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 Oh, 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 Zurla! Zurla, Zurla! Guck mal wie die auf Zeit spielen Digga ey Nein nein COD gar nicht mehr COD gar nicht mehr Digga Allein Shoot habe ich bis jetzt eigentlich nur Dings Aber ich überlege sogar Dings jetzt ne Vielleicht mal Battlefield mal wieder aus dem Schock da das rauszuholen Battlefield 2042 Digga Weil das Spiel ja ist ja momentan wieder echt gut spielbar ne Da kam ja jetzt wieder ein neues Season raus Einfach mal so probieren Digga Einfach mal so probieren Auf der Place Ist das für Gelb jetzt oder was? So letzte Mahnung Wie die auf Zeit spielen Junge Wie lange jetzt braucht Bis er Dings Freistoß hier Ausführt Battlefield Battlefield Nielsen Junge Nielsen War damals kostenlos Im Playstation Store Deswegen habe ich mir das geholt Kommt Kommt Jungs Kommt wieder bis er ist Bis er Bis Bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Dann geht es Gehen am Ballbesitz Da geht es Bis zum nächsten Mal Wir gehen am Ballbesitz Also mehr Offensiv geht nicht hier. Du Depp, Alter. Ich spitziert mir den Ball raus, Alter. Jawohl, gut. Ah, wieder viel. Ah, wieder viel. Ah, wieder viel. Ah, wieder viel. Immer noch Ball. Wie ist das? Wichtig. Auch mal zum Ball, Junge. Das ist so blöd, Alter. Du, ey. So blöder Spieler, Alter. Neben mir steht ein freier Mann, Alter. Er spielt nach vorne, Alter. Oh, ich will sich Zeit jetzt nehmen, Alter. Beim freier Mann, Alter, ne? Beim freier Stoß. Nee, 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 nee. Ja. 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 Ähm. Ja. 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 5 Minuten Ah, wieder so eine scheiß Gammelbing, Alter, ne? 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 Ja, gut Oh, mal ne Freistoßsituation, Alter, für uns Wer schießt Polz Oh, wie kann man die Ball so abgeben da? So ein Depp, ey Worin spielst du, Junge? Ich verstehe das nicht Ey, also Also meine Mannschaft spielt gerade so, als ob die gerade 2-1 führen hier Das ist auch so ein Depp, Alter, ne? Ronaldos hier im Team, Alter, alles Ronaldos, ey Verpiss dich, Alter, was das für eine Gammelbing, Alter, hier Komm, sieh, dreckig runterspielen, Alter, ne? So richtig dreckig, Alter So, letzte Chance Und mal was vernünftiges rausholen jetzt Ne, das Ding ist durch hier Das Ding ist durch hier Verdient verloren, Alter Verdient verloren Das Ding ist durch Die halbe Mannschaft werde ich im nächsten Spiel, Alter, also im nächsten Ligaspiel werde ich auf jeden Fall draußen lassen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.